Was ist das? Das ist wie eine Art Fabrik. Das sind die Mächte der Finsternis. Wie lächerlich. Reise ich zusammen, Junge. Seht euch um. Da, Sino, Ryo. Das Ding. Achtung, Reindringlinge. Störend der Automaten. Produktion möglich. Betrogen sofort an der Minion. Also das sicher nicht mein Bruder. Es riecht wie derjenige, der die Zerstörung über meinen Doof gebracht hat. Da bin ich mir sicher. Dass auch immer es ist, es ist von dem Clown Bymos besessen. Und es kommt näher. Eindringlinge in Automata-Fabrik. Produkoll aktivieren. Betrogen eliminieren. Verzichten. Vernichten. Vernichten. den Film Trickieren. Und die kleinen Robben vielleicht favoriten. Leute, dass Kism. Ein proportionales Versandektions CEO. Ihr seid für Kinder und Flüssgter. Okay. Okay, wir haben es diesmal mit drei Gegnern zu tun, jeder Arm, okay, der Restarm hat... Ja, ist tot. Sieben mit Schaden. Ach, 200. Heiler. Eisgeschoss. Okay. 2000! Ich will mich da verarschen, der Typ. Also ich muss einfach nach dem Rechten und Linken komplett machen. Ich will den zum Beispiel schlafen. Ich will den zum Beispiel schlafen. Schlafen zu schlafen. Ich will den Schlafen. Ich will den Schlafen, oder? Ich will den Schlafen. Alter, Schwege. Ich will den Schlafen. Ich habe Schlafen gekurvt und gefunden. Schmerkraft. Da muss ich schreiben, Bewegung minus, keine Ahnung. Ach nee, zusammenziehen. Ja? Ja? Verdammt! Ja? Ja? Ich bin glaube, ich glaube, der Lugger ist doch so klein. Kondor, das wäre ein Arschloch. Das wäre ein Arschloch, das wäre ein Arschloch. Das wäre ein Arschloch, das wäre ein Arschloch. Das wäre ein Arschloch. Das wäre ein Arschloch. Das wäre ein Arschloch, das wäre ein Arschloch. 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 Du standardizarst das Arschloch. fortune ist das Arschloch. Die Art Arschloch. Das ist schuldig. Das ist eine Arschloch. Hüüüüü Okay, das ist nichts. Okay, das ist nichts. Okay, das ist nichts. Okay, das ist nichts. So, oben wieder geheilt. Okay, das ist nichts. Okay, das ist nichts. Okay, das ist nichts. Okay, das ist nichts. Ich bin voll Fokus, mein Junge. Voll Fokus. Okay, das ist nichts. So, was kann man denn noch machen? Okay, das ist nichts. 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 Gut geblockt auf jeden Fall. Ähm, der Boss ist relativ einfach, im Gegensatz zu den anderen, auf jeden Fall. Das stimmt. 9000. Wir sind hier bei 9000. 4. 5. Die Dritte. 5. 6. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 15. 15. 15. 15. Okay. Jetzt ist er bei minus 4 von der Stärke, ja. Fuck, ich soll trotzdem noch die Bono... Scheiße. So, wir haben jetzt einfach so lange drauf, bis er besiegt ist. So, mit Millenia tun wir uns einfach die ganze Zeit heilen. So, wie ist das? Ich will da vorne. Der Schwanz durchbohren. Ich finde es bitte komisch, dass er hier diese komischen Krallen der Tage macht, obwohl er keine Hände mehr hat. Abonniere was jetzt. So ein Sao-Kell. So ein Sao-Kell. Nur 3.000 hat er. Komet-Lai. Oh, das erlebt er immer noch. Oh, ein neues Buch. Danke, danke, danke. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank für dein Lob, Kursk. Danke. Nice. So, Buch der Winde. Man, es sieht mir ein. Okay. Nice. Und ordentlich Punkte, von denen wir Spezialmünzen und Magiemünzen haben wir gekriegt. Läuft. Das ist ein Fälligkeitsbuch erhalten. Nutzerausrüst, Verbesserung fällt davon. Fälligkeitsbuch. Das ist kein Mensch. Automata. Soldaten geschaffen für den Kampf zwischen Gut und Böse. Marek, du hast gesagt, es hätte nach Melfis gerochen. Fälligkeitsbuch finde ich mir sicher. Ich muss allerdings zugeben, dass hier vor uns nicht Melfis steht. Die Klau und Malfi. Fällmars. Aha. Ein anderes Stück von Falmer muss jetzt kontrolliert haben. Es ist sicher in der Nähe. Dann können wir unser Ziel näher. Melfis ist zweifelslos unterwegs. Das war es also. Das hat mein Volk beschützt und dafür hat es zu lange gelitten. Ich dachte, es sei versiegelt worden, weil es zu schrecklich wäre, unsere fürchterliche Vergangenheit zu sehen. Unsere alten Wunden. Dabei war es nur eine mechanische Fabrik, in der Werkzeuge der Zerstörer hergestellt wurden. Wir waren nur Torwächter. Oh, Rohan. Wir können... Ich dachte, chill doch mal. Schon gut. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Mann. Zeit abzuhören. Hey, was machst du da? Nass die Puppe. Wir müssen verdammt noch mal hier raus. Das war nur ein Opfer, genau wie ich. Und ich kann es nicht zurücklassen. Hey, was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist auch ein Verwanderer der Verwanderer der Verwanderer der Verwanderer der Verwanderer. Das ist wirklich ein Kind. Ich bin. Ich bin. Die光... ist sehr... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Es ist nicht gefährlich. Ich habe keine Ahnung. Ich werde was, was ich tun? Was soll ich tun, wenn ich was? Ich kann auch, dass ich ein Geist fühle, was ich. Es ist okay. Das Kind ist nur ein Kind. Wenn ich nicht mehr anleitung, dann kann ich nichts. Ich war auch ein Kind für eine Anleitung. Ich hatte keine Frage. Ich weiß nicht, was ich war, was ich war? Lohan, das ist nicht so gut. Jetzt ist es wichtig, dass ich den Grund, warum dieser Fall ist. Ja, so war es. Mein Vater, warum ich so dumm, warum ich so dumm. Ich muss mich nicht fragen. Nein, nein. Los geht's, Malek. Entschuldigung. Ich hätte die mitgenommen. Ganz klar. Vielleicht hätten wir von der auch lernen können oder so. Irgendwas. Das weiß man gerne. Ausführungszeit für Objekte befehle. Lässt sich auch ausweichen. Gegen Opfer. Nice. Windblizzard Zaubersprüche. 10 bis 50. Windblitz Zaubersprüche. Äh Zauberkraft. Köder. Okay. Sehr, sehr schön. So, stoppt den Recipienthof. Die Grünpunkte. Hier zum Beispiel. Ui. Mhm. Clone des Knights. Das sagt mir aber sehr zu. Auf jeden Fall. Das müssen wir oben ausprobieren. So. Ich denke. Wir haben es. So. Gehen wir ab zum Daddy. Der müsste ja oben doch in seinem Büro sitzen, oder? Ist in seiner Kammer. so. Doch nicht. Ach nee. Der ist ja von uns weggegangen. Vater. Vater? Genau. Da ist er ja durchgegangen. Was hast du denn jetzt vor? Gestalt. Du kannst doch nicht. Ah. Die nächste Tür. Schnell. Mehlf eye. Ich bin der Magistin Melfis. Ich habe es endlich gesehen. Ich bin der Mereck. Herr, du bist wirklich Melfis? Was ist das denn? Was ist das überhaupt nicht so? Das ist so schrecklich. Ich habe einen Freund mit meinem Willen gebeten. Was ist das? Mein Freund hat sich gefühlt. Es ist ein Freund, mein Freund. Oder hast du ihn zu suchen? Das war's für mich. Es ist egal, Rildo. Sie sind jetzt auch die Varlma. Magin-Melphis! Ich habe mich für diesen Momenten gebetet. Hahahaha! Ich gebe dir einen tollen Geist. Ich gebe dir diese Waffe. Ich muss nicht gewinnen. Generator, Schwert, Malfice. Zum Glück muss ich nicht gewinnen. Gott sei Dank. Der Kampf kommt erst später. Das ist nur ein Schaukampf. Denke ich zumindest. Ja, das ist nur ein Schaukampf. Nein. Das ist nicht der stärkste Boss, zumindest nicht dein Boss, auf jeden Fall. Das ist nicht der Grund, dass du nicht so gut bist. Das ist das Geheimnis, der Geheimnis des Geheimnis des Geheimnis. Hmph, mein弟. Warum schreien ich mich? Warum schreien ich mich? Warum schreien ich mich nicht? Was ist jetzt, was du in dir geblieben ist? Echt? Du glaubst, du glaubst das夢? Das ist das夢? Das ist doch nicht so, was ich! Ich habe meine夢 und meine Gedanken gemacht! Das war's für mich. Ich werde das dir zeigen. Das ist Melphys. So, ich bin weg. Okay, das ist gut. Ich habe nur noch einen Hügel. Master, hast du keine Ahnung? Oh, ich bin der Chef. Du bist eine Frau? Du hast schon geholfen. Ich danke dir. Ich würde, was ich tun würde? Ich würde, was ich tun würde? Ich würde, was ich tun würde. Wenn du so viel Kraft hast, dann würde ich es gut leben. Wir holen unser Stolz zurück, oh ja, oh ja. Sind wir vielleicht doch das Volk der Finsternis? Vor langer Zeit kämpften wir für die Finsternis. Doch wie lange müssen wir diese Lasten noch tragen? Wir, warum müssen wir? Das Volk der Finsternis sein. Ist auch mal so, wer dir nicht der Volk der Finsternis, wer ist halt ein anderes. Rohan, kleiner Bach auf, werd mir jetzt nur nicht weich. Nicht hier, nicht jetzt. Dieser plötzliche Mangel an innere Kraft zieht dir nicht eh nicht. Ich mag mich täuschen, doch mir schien du wächst aus härtesten... Du wärst aus härteren Holz, Mann. Du entscheidest selbst, wer du bist, Rohan. Deine Ahnen sind tot. Wenn du dich nicht zu ihnen gesellen willst, lass die Vergangenheit ruhen. Hast du denn gar nichts über die Welt gelernt, als du fern von deinem Königreich warst? Du hast recht. Ich habe die Welt gesehen. Ich habe lange und intensiv darüber nachgedacht, was das Volk der Finsternis und das Tor der Finsternis bedeutet. Nee, was das Volk der Finsternis und das Tor der Finsternis bedeutet. Aber ich muss nun, dass dies lediglich... Ich muss nun, dass dies lediglich Namen sind, die uns an längst vergessene Dinge binden, sind nicht bedeutungslos. Wir müssen ja alles selbst nachdenken. Ich habe genug davon. Blind Tradition... Davon Blind Traditionen befolgen... Äh, zu befolgen. Das ist kein Leben. Nein! Das ist kein Leben! Was willst du denn dann tun? Ich wähle deine Weg mit bedacht. Komm schon, kleiner. Spuck's aus. Du Schlinge! Du kennst die Antwort. Freunde, ich will dieses Königreich verändern, sodass es nicht länger an fehlgeleitetes Tradition gefesselt ist. Ich werde meine Meinung stärken. Ich werde stark vertreten. Ich zerschlage die Lügen und den Irrglauben und die leeren Ideen. Unser Leben gehört uns. Jawohl! So ein Ding ist das. Schön gesagt, Juan. Na aber... Ich werde im Königreich bleiben. Meine Reise endet hier. Ich habe irgendwie alle denselben Friseur und selben Ausstatter, oder? Meine geliebten Landsleute. Unser Land ist schon sehr lange ohne Flagge. Es ist auch schon sehr lange her, dass Leute in diesem wahren Grund dafür kennten. Hier haben wir eine Flagge. Doch niemand wollte, dass sie gesehen wird. In der vorgehaltenen Hand huschend man, dass unser Land das Tod der Fensternis verbirgt. Und es heißt, dass dieses Tod der Fensternis ein langes Siegel verblablabla hat. Und es heißt, dass das Tod der Fensternis verbirgt. Und das Tod der Fensternis verbirgt. Und das Tod der Fensternis verbirgt. ! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ich will jetzt mal wiederholen. ... ... ... ... ... Sie haben diese Welt gezwert. Ich bin mir, dass sie die neuen Jeze des Gottes enduchten. Ich will, dass sie die ganze Welt hier in der Welt empfangen. Sie sehen, dass sie das Leben in der Welt gehen. Ich habe diese Welt gezwert. Das ist ein cooler Singen, aber ich bin nicht in der Welt. Ich bin ein Wettbewerb, dass sie so gemacht haben. Ich bin ein Wettbewerb, das ist die Geschichte. Ich glaube, dass ich mich nicht mehr tun habe. Ich hatte nur Angst, dass ich mich nicht mehr tun hatte. Das ist so, dass ich mich nicht mehr tun habe, dass ich mich nicht mehr tun habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das war so ein ergreifender Moment. So, ich hab's bloß verpasst hier, wo wir hin müssen. Ob wir noch mal Rohrheim besuchen können? Äh, sollen. Oh, man hat bestimmt gerade alle Hände voll zu tun, seine Krönung zu tun. So, ich hab's nicht ruhen lassen. Ich hab' auch Dinge zu tun, ein bisschen schnell. Zur Insel Garland gelangen, um die Meld festzustellen. Alles klar. Ach, ich hab's, ich weiß, wir müssen jetzt dann wahrscheinlich zum Dock und dort müssen wir dann mit dem Schiff fahren dorthin. Weil, das ist ja eine Insel. So ein Ding ist das. Ne, das Ding ist zu. Oder Boot fahren. Boot fahren geht nicht. Okay. Was, Null? Tadadam. Input? Ne, wirklich nicht. Zwei Boote mit keinem Schwan. Was ist das für ein Leben? Äh, bei der Überraschung, bei der Zusammenarbeit, der Nationaltag hat ein Neukönig gegrünt. In der Grund. In der Schluss, die Nationen gegrünt waren, Schloss, Schloss. Das kann uns besonders glücklich sein, dass die Alkohol im Plan haben. Oh, warte mal, vielleicht kann ich da vorne einfach rausgehen, oder? Dort, wo die zwei sehr dort entstanden. Bio. Gießt du nun doch, Zollinsel, Galan? Wer trägt zwar dasselbe Blut in sich wie Rio, aber ich muss es dennoch vergießen. Diplomatisch ausgedrückt, auf jeden Fall. Ich muss gegen meinen Bruder kämpfen. Ich kann es nicht vermeiden. Wir müssen uns also verabschieden. Es tut mir leid, dass ich meine Herkunft nicht früher offenbart habe. Ist schon okay. Äh, ist schon in Ordnung. Du musst dich nicht entschuldigen. Du bist immer noch der Rohan, den wir kennen. Du bist jetzt nur ein eben König. Vielen Dank. Immer aufliegt dein Schiff für dich. Braust wirklich keine Soldaten. Habe ich die je gebraucht. Pass auf dich auf, Kleiner. Und viel Glück. Bis bald, Rohan. Viel Glück. Ich werde euch vermissen. Playboys. Kindergarten. Euer Hoheit. Ich stehe die Tränen weg, bevor deine treuen Untergebenen noch auf dumme Gedanken kommen. Wahrlich, ein König muss seine Tränen verbergen. Denn seine Untertanen könnten sie für andere Zwecke missbrauchen. Bleib standhaft, mein Junge. Du Schnickerburscher, du. Ja, ihr habt recht. Ich werde alles für mein Volk geben. Lebt wohl, meine Freunde. Was ist jetzt mit Teenie? Wie hieß die? Mach ja nicht doch, oder? Ja, sehr. Was ist los? Ich habe doch gesagt, du bist frei. Dass du frei sein sollst. Was meinst du damit? Mit frei. Das bedeutet, dass du tun kannst, was du willst. Äh, jedenfalls alles. Was gut ist. Baum pflanzen. Babys. Baby küssen. Was auch immer. Alter, Rio. Was ist los mit dir, Junge? Was soll ich denn tun? Drachen steigen lassen. Vogel Häuschen bauen. Ich weiß nicht, Marek. Was soll ich, was soll ich, was soll ich, was soll ich denn mit dir machen? Wenn du nicht weißt, was du tun willst, er sollst, dann wäre es am klügsten, dich unserer Schar anzuschließen. Was? Sie ist in dieser Welt verloren und kennt ihre Seele nicht, da diese in Vergangenheit geriet. Ihre Seele wurde vergessen? Hat ein Automaton überhaupt eine Seele? Zur rechten Zeit wird dies bekannt werden. Bis dahin wird sie uns begleiten, da sonst ihre Seele wahrscheinlich nicht gefunden wird. Nun, sie ist keine Marionette mehr. Was ist dein Wunsch? Willst du dich unserer Gesellschaft anschließen? Ja. Ja. Tio heißt die gute, Tio. Wie heißt du denn? Meine Einheitserkennung lautet Tio. Dann Tio, willkommen. Ja, Meister. So, zack, haben wir eine neue. Wunsch. Oh, fuck. Das war ich nicht. So, jetzt haben wir Tio. Wer hat die Hude überhaupt? Und welche Angriffe? Lutusblumen? Ich habe alle rausgebuttert jetzt. Ah, so eine Scheiße. Aber das kriegt man schon irgendwie hin. Ausrüstung. Okay. Ich gebe einfach das, wie das schon Luft gelevelt ist. Okay. Blitztalas machen. Das, was es jetzt schon so ist. Okay. Ob ich dafür jetzt hier auch Sachen kaufen kann? Also jetzt? Wollen wir doch gleich mal gucken, ja? Kaufen. Ich habe eh, ich habe eh das Geld. Deswegen ist es halt nicht schlimm. So, wir haben Schmuck am Angebot. Fußkette. Oh, Mann. Scheiße. Zeig. So. Einen Zauberglox. Läuft verkaufen. Brennender Bogen. Nee, die war ich mal. Ach, komm, scheiße. Ja, was haben wir denn noch mal angebot? Hm. der lässt alles steigen und dann rein der lachs so machen wir uns so und dann gehen wir aufs Schiff so ein Kamerad haben wir verloren dafür haben wir jetzt eine neue Kameradin dazugewonnen so 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 so